Entschuldigung 58 Immerhin habe ich so einen coolen Säbel Irgendwo ist ein Molotow Cocktail Oh, das ist ein bisschen ausfiesig Ach genau, zieht mich der wieder mitten ins Feuer rein Zu geil Nein Unser bester Mann ist tot Irgendwo ist ein Bunz So, wohin? Okay, wo? Oh Oh Nein Oh, fx Help Help Komm mal Das reicht glaub nicht 10 Oh, 10 hab ich hier Oh Muss nachladen Wow, äh, scheiße Kann ich nicht aufhören sich zu bewegen, alter? Dankeschön Lade Müssen wir runter, oder was? Oh Mann Digga, was ist denn los mit euch? Alle gleich tot Ich schieß auch noch auf Coach, ja, sorry Mann Lauf mir halt nicht vor's Gewehr Ich lade nach Ich verstehe gar nicht, wie ihr so viel haben könnt und ich Ne, alle sind fast tot, außer ich Bei Kevin geht's ja auch noch, der hat auch noch ein Drittel, aber Scheiß Sucherei, wo es weitergeht Scheiß Sucherei, wo es weitergeht Scheiß Sucherei, wo es weitergeht Achtung Ich hasse das, wenn die Viecher hört, aber nicht sieht Oh, da kommen sie halt schon wieder Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade Lade nach Drei HP Munt 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 Lade 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 Garde nach! Das übersteh ich schon! Hm? Bumm! Nein! Nein! Oh je, soll ich... Wir noch 14? Ja! Kevin, was soll ich sagen? Selbst mit 3 HP lebt sie es noch ganz gut! Muss eigentlich nur gucken, dass die relativ weit hinten stehen! Kevin, du schleppst dich aber auch über die Karte hier! Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Ich glaube... Oh, danke Kevin! Ich bin jetzt auch nicht so gut! Ich lege jetzt auch nicht so gut mehr! Ah, hier liegt er beide! Achso, ich dachte, ihr seid angegriffen! Entschuldigung! Wir haben eine Pause! Ich habe noch 3 HP! Ja, hier, du hättest mich schon ganz holen sollen! Echt? Oh, sorry! Die Steuerung ist nicht so weit! Jetzt stehst du ja von alleine auf! Ich weiß gar nicht, was du hast! Jaja, bla bla! Oh, Mann! Wie geht's denn hier weiter? Äh, äh, Kevin ist irgendwo dahin! Hey, Medikit! Ja, hey, ich brauche auch ein Leben! Ich wollte gerade sagen, gibt es vielleicht mal... Egal! Das ist der Dank dafür, dass du so tapfer durchhältst, Marvin! Aber, ey! Ich hab eh schon wieder... Das droppt halt schon wieder meistens runter! Ach, hier in den Kloß, genau! Oh, jetzt fängt ihr schon an zu jammern, ne? Achso! Ach! Nein! Ja, lauf halt nicht so weit vor, Junge! Hier darf man auf Kevin schießen! Ja, ohne Witz! Also, hier geht's nicht lang! Da in eine andere Richtung, oder? Was ist die? Kevin ist schon wieder vorgelaufen! Ist gerade egal! Nee, ich suche schon die Räume! Nee, ich brauche... Ich brauche ein Medikit, oder sowas! Ich habe ein langster Style drin! Nein! Was, nein? Digga, jetzt ist Coach tot! Ja, dich auch gleich! Und ich hänge in der Toilette fest! Ich komme hier nicht raus! Ähm... Hilfe! Ja! Toll! Ich habe mich verzippt! Hm, also ich habe noch... Äh, kann ich denn... Achso! Okay, ich kann gar nichts mehr! Hm... Also da hat es jetzt noch mal ein Medikit, falls einer braucht! Hm... Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Wieso habe ich denn jetzt keine Waffe mehr? Soll der Scheiß! Kannst du doch eine nehmen! Ja, ich habe es gerade auch gesehen, Entschuldigung! Immer erst motzen, weisch! Trag der offene Tür heute! Haha! Wir müssen echt gucken, dass wir weniger sterben, oder weniger das HP verlieren! Ja, laufen wir direkt in die Schusslinie! Ich! Ne, Kevin! Ja, ja. Juh! Wooh! Oh! Ähm, Hilfe! Danke! Vorsicht! Ich lade! Mal gucken, dass wir relativ fix durchkommen jetzt. Nein! Aber Kevin, ich stehe direkt bei dir eigentlich. So. Ich lade nach! Ich kurier dich, dafür sind Freunde ja dabei. Also irgendwie sehe ich die ganze Zeit nur, ich muss die ganze Zeit Sarah heilen. Sag mal, Digga, ihr verreckt schnell nicht und ich bin schuld, alles klar. Kein Problem. Jetzt geht ab! Lade nach! Was? Rolltappe runter! Oh scheiße! Vorsicht! Ja genau, mich wieder. Ja, guck mir ruhig zu. Ja, ich musste nachladen, sorry. Ja richtig, bitte ey, von 80 auf 34 Runden. Hab ich geguckt, dass ich diesmal mal kein Leben verliere. Geh mal nichts mehr zu tun im Grund. Ja, wir sind durch so einen Schock aus. Oh scheiße! Und wo mussten wir grad hinlaufen? Oh ja, die sind schockiert! Oh mein, der ist her! Ja, die Treppe hoch. Von oben. Oh Mann, wenn ich wieder wüsste, wo wir hin mussten. Ich glaube Treppe runter, oder? Ja, wüsste. Ja, da hinten sind welche von denen her. Irgendwie hänge ich im Spielflass. Dip, 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 dip. Oh, Entschuldigung. Smoker! Ab ihn! Es wird heiß! Ja, genau. Ich glaube, ich habe knapp den Weg, wo wir langen müssen. Versperrt. Ja, wie immer. Vor allem stand ich halt wieder mitten drin. Nein! Nicht in die Säure laufen! Nicht in die Säure laufen! Coach, helf mir! Lass den Scheiß jetzt! Das hatte ich echt nicht geplant. Wollte ich eigentlich gerade auch chatten. Ja, Mann. Ich habe Medikit gefunden. Lauf mal hoch. Lauf mal hoch, oder? Lauf mal hoch, oder? Lauf mal hoch, oder? Wir haben hier natürlich nur Toiletten... Lauf mal hoch! Lauf mal hoch! Hallo Scheuer! Ah nein das ist die Hexe. Wo auch immer du bist. Hier im Klo. Hier im Klo. Hey stop halt gleich. Ah ich bin tot der mich nicht demnächst klettert. Ach fick dich. Das ist ein Gewehr verdammte Kacke. Ich nehme mal das Verwandtszeug hier ok? Ah jetzt waren wir da wo es vorher nicht hingeht. Oder kommt der Dicke. Nice. Ja Entschuldigung stehen wir eigentlich im Weg rum. Ein Smoker hat Coach. Ein bisschen Coach retten und wichtigster Mann. Ja Coach hat ein bisschen netter. Was kommt denn der nicht mit? Was machst du denn da unten? Ich helf dir hoch. Danke. Wir sind Waffen. Durchsuch die Zimmer nach was auchbarem. Mit meinem Wellefeld oder was das ist. Nein. Das ist eigentlich mit dem Coach schon wieder los. Yeah Schmerzmittel. Ich glaube Coach ist tot. Oh ja. Oh ich auch gleich. Kevin. Ich habe den Maul gerade genau in den Kopf geschossen. Das hast du gut gemacht. Der ist ja nur fast tot aber sonst. Kevin den Alarm. Ja ich muss dir schießen. Dritter Stock soll ich mit dir mitkommen? Nee alles gut. Kriegst du es allein hin? Sollen wir hier unten defen oder sollen wir alle zu dritt in den Stock gehen? Oh nein ich bin tot. Ich starb hier gerade. Wo bist du denn? Hier hinter der Rolltreppe. Ja ich habe es gesehen. Da kommen diese scheiß Rucksack Typen. Achso hinter euch ist ein großer. Okay ich sehe ihn nicht aber sonst. Der wurde gerade an dir vorbei gerannt und dich gerade verprügelt hat. Achso okay das war zwar nicht hinter mir aber gut. Ah fuck das war scheiße. Nein. Nein. Bin ich hier schon wieder alleine? Ja du bist gerade alleine. Ich kämpfe. Ja dann sind wir gleich wieder Game Over. Achso du was aus dem. Na ich kann nichts mehr machen. Oh oh. Hilfe! Mal gleich gucken das wir zu viert sind hey. Oh hey. Ich habe es irgendwie geschafft zu snipern. Guck mal. Ja irgendwie hilft mir jetzt aber nicht so viel. Welchen Knopf hast du denn gedrückt? Weiß ich nicht ich habe alle gedrückt. Ich habe alle gedrückt. Ich habe einfach mal alle Knöpfe gedrückt. Mittlere Mausrad. Oh Gott dann das mit der Microsoft Maus. Ah gut. Wir probieren es mal. Boah jetzt können wir da echt normal durchlaufen. Ja weil es so schön war. Ich würde auch behaupten wenn wir einfach äh. Wenn wir zu viert laufen kommen wir locker durch. Ne wenn wir durchrennen meine ich. dass die Leute ja auch nicht hinterher kommen. Ähm. Irgendwas trommelt. Äh trampelt hier ganz schön. Ach da. Oh fuck. Aha. Ich bin gegen die Säule gerannt. Ich bin gegen die Säule gerannt. Ja jetzt lad erstmal in Ruhe nach. Sie stirbt ja nur. Sie stirbt ja nur. Aber sonst. Boah ja Coach. Du vollidiot. Was zur Hölle. Ja. Fick dich. Danke. Ich hab mich vertippt. Ja. Nicht alleine oder was. Ja. Also Coach und Dings. Also wir kämpfen alle noch mit dem Leben. Boah. Ja siehst du halt. Hilfst du lieber mir auch. Oh Digga. Äh 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 ja wir sind doch dabei. Schreib doch ätzerum. Hey. Ich brauche Hilfe. Danke. Boah. Na das hab ich wirklich erstmal. Achso. Okay. Ich wollte jetzt den anderen erstmal hochhelfen aber okay. Danke. Kam steh auf. Steh auf. Du bist keine Punkte hier rumzulegen. Hahaha. Alter sah das geil aus. Hahaha. Komm ich helfe dir Mom ich helfe dir. Nein. Hahaha. Haha. Mega theatralisch alter. Hahaha. Haha. Sind sie ja süß. Haha. Haha. Gibt's nicht hier aber wir müssen echt dann näher zusammen bleiben. Sonst gehen wir da wieder drauf. Achtung. Jockey. Jockey. Fuck. Passt auf. Oder wir laufen wirklich durch. Können wir auch machen aber ich weiß halt nicht wohin. Na ja nachdem ich jetzt das gesagt hab kam der Fette angetrampelt. Also ich weiß nicht ob das so clever war. Oh. 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 Oh man der ist ja schon gegeneit. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. So ich bin komplett raus. Kamen wir von unten? Ne wir müssen nach hinten durch dann. Ja. Nach hinten dann runter. Ja. Lade nach. Ich lade nach. 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 Tut es weh. Oh. Da unten ist schon wieder so ein dicker. Die Rolltreffer runter. Ja. Scheiße. Waffenwechsel. Ah scheiße. Waffenwechsel. Lade nach. Lade nach. Oh. Ups. Tss. Irgendwie läuft's grad nicht. Ne. Wart nicht. Die ist schon gar Coacher. Ach komm. Kommt! Ah! Oh, sorry. Ich glaub, ich hab kurz schon erschossen. Oh nein, ihr müsst mir helfen. Wo bist du? Hinter dir. Ich häng an der Rolltreppe. Wo ist der Gegner? Ich seh ihn halt nicht. Ich hab's einfach mal auf die Zunge abgeschossen. Da vorne liegt aber Medikit. Ja, wir sind alle gleich tot. Ey, ich brauch das. Ähm, Medikit nimmt wer? Ich brauch eins. Okay, was ist jetzt passiert? Äh, mich hat irgendwas mit Zunge. Der zieht mich grade weg. Ich bin tot. Glaube ich. Ähm. Aber du siehst echt übel aus. Noch so'n dem verliebst du nicht. Dank. Sympathisch. Schön, der nächste Schlag bedeutet den Tod. Ihr müsst halt bisschen aufpassen. Achso, ich heil mich auch wieder selber, okay. Oh, hier ist noch mein Kit. Äh, ja, vielleicht schaff ich's. Nein. Nein. Äh, irgendwas war hinter mir. Alles gut. Wo denn? Rechts, links? Gerade auch? Ich seh's nicht. Ich hab's. Hä? Kevin hat sich schon so mal gerissen. Danke. Ja, solange er's nicht benutzt für sich ist ja alles gut hinter dir. Ist übrigens was. Äh. Aber. Hallo für mich. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnt so über dich drüber, weil du dich grade gebückt hast. Aber so intelligent ist das Spiel leider nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Lade nach! 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 Normal 1 hoch! Wie oder wie Kevin? Wohin müssten wir? Hast du aufgepasst vorher? Oh nein, da ist hier die eine! Die will ich nicht! Die will ich nicht! Lass die scheiß Widget in Ruhe! Sei einfach leise, Marvin! Ähm! Ach komm! Ich werd hier gerade zufleischt! Ich auch. Mir hilft ja auch keiner. Coach ist übrigens auch tot. Auf den hat keiner geachtet. Ich hab mich irgendwo im Klo belaufen. Toll! Das ist super. So, wir sind tot. Wir sind tot, ja. Na, ich? Du auch schon? Ja, noch 27. Na, immerhin. Jetzt bin ich tot. Yay. Nein! Gut. Ja, soviel dazu. Et läuft. Nein, 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 nein. Wir müssen echt zu viert laufen. Anders geht's definitiv nicht. Oder zumindest nicht. In absehbarer Zeit. In absehbarer Zeit. Ich muss mal ganz kurz pinkeln. Ich will auch mal in der Apple-GW. Also noch nicht aufmachen, weil ich bin kurz pinkel. Zu spät. Ach nee, er schießt gegen die Tür. Alles gut. Alles gut. guh? Oh,ja.